Was für ein Vorbild! Haben Sie diese Worte nicht auch schon einmal gehört? Man meint damit vielleicht eine Sportlergröße oder Staatsmänner, Menschen aus dem Showbusiness oder sonst einen Menschen, zu dem man aufschaut. Der Apostel Paulus erschreibt der Gemeinde in Korinth folgendes. In 1. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 16, das wollen wir miteinander nun lesen. Da heisst es, ich bitte euch nun, seid meine Nachahmer. Oder andere Übersetzungen sagen, ich bitte euch nun, nehmt mich zum Vorbild. Wow! Nimmt Paulus nicht etwa den Mund etwas gar zu voll? Doch bevor wir den Paulus verurteilen, wollen wir etwas genauer hinsehen. Auf seiner zweiten Missionsreise, da gründete Paulus die Gemeinde in Korinth. Auf dem Weg dorthin wurde er in der Hafenstadt von Philippi misshandelt. Zu Unrecht klagte man ihn an. Man riss ihm die Kleider vom Leib, schlug seinen Rücken blutig, und zwar mit Ruten, und warf ihn dann ins Gefängnis. Dort hat man seine Beine und Füße in den Stock fixiert, und das war eine überaus schmerzhafte Situation. Aus dem Gefängnis entlassen, machte er sich auf den Weg nach Thessalonich. Und auch dort wurde er verfolgt. In der nächsten Stadt, in Beröa, wiegelte man das Volk gegen ihn auf, und schliesslich wurde er in Athen ausgelacht und runtergeputzt. Das war die Vorgeschichte. In Korinth angekommen, entstand dann, während einer eineinhalb Jahre lang dauernden, harten Arbeit, die christliche Gemeinde von Korinth. Um dieses Ziel zu erreichen, scheute Paulus keine Arbeit, noch Mühe. Am Tag arbeitete er hart als Zeltmacher, und am Abend und in der Nacht lehrte er das Evangelium. Und so entstand die Gemeinde. Und diese Gemeinde war alles andere als perfekt. Vielmehr eine Gemeinde mit manchen Problemen. Sie waren sehr parteiisch. Sie hatten Probleme mit Unmoral. Dazu Streit untereinander. Beim Abendmahl gab es sogar Alkoholexzesse. Und sogar vor Gericht gingen sie miteinander. Dazu verleumdeten sie den Apostel Paulus und sie stellten sein Amt und seine Botschaft in Frage. Alles in allem keine optimale Ausgangslage. Und ich denke, dass manch einer von uns hätte die Hoffnung schon längst aufgegeben, vielleicht sogar als Gemeindepastor den Rücktritt eingereicht. Rein objektiv gesehen hätte Paulus entmutigt sein können, niedergeschlagen oder enttäuscht, sich von den Gläubigen in Korinth abwenden, ihnen den Rücken zukehren. Doch nicht so der Apostel Paulus. Er macht weiter. Er lässt sich nicht entmutigen. Er schmeisst die Flinte nicht ins Korn. Er macht weiter. Schreibt ihnen insgesamt vier Briefe. Schickt ihnen zwei seiner besten Mitarbeiter, nämlich den Timotheus und den Titus. Dabei verfolgt Paulus ein grosses Ziel. Nämlich die Christen in Korinth sollten im Glauben wachsen, geistlich vorwärtskommen, lernen so zu leben, dass ihr Leben Gott verherrlicht und dieses dem Wort Gottes entspricht. Darum sagt Paulus, nehmt mich zum Vorbild. Denn Paulus ging es nicht darum, um sein Image oder sein Ansehen. Es ging ihm auch nicht darum, um Einfluss, weder um Macht oder Geld, und auch nicht darum, noch mehr Gemeindeglieder zu haben. Paulus wollte nur die Korinther für Gott gewinnen, sie für Jesus begeistern, sie für die Bibel, das Wort Gottes faszinieren. Paulus hatte Jesus Christus persönlich kennengelernt. Er war Jesus begegnet. Und diese Begegnung mit Jesus Christus hatte sein Leben total verändert. Ja, sein Denken, sein Handeln und sein Lebensziel umgekrempelt. Vor dieser Begegnung mit Jesus Christus hatte Paulus die Christen gehasst. Er hatte die Jesusleute bis aufs Blut verfolgt, sie ins Gefängnis geworfen, ja, sie sogar umgebracht. Doch seitdem Paulus Jesus begegnet war, ist er ein völlig anderer. Er ist von der Liebe Jesu durchdrungen, von der Liebe Jesus eingenommen. Nun bestimmt die Liebe Jesus sein Leben. Und darum lässt Paulus sich von dem Verhalten der Korinther nicht abschrecken. Weder durch ihre Unmoral, noch durch ihre Streitsucht, nicht durch ihre Alkoholexzesse oder dass sie miteinander vor Gericht gingen. Selbst als sie den Apostel Paulus persönlich angriffen, ihn verleumdeten, ihn infrage stellten, selbst da hielt das dem Paulus nicht ab, sich für die Korinther einzusetzen. Solche Menschen sind echte geistliche Vorbilder, sind Väter und Mütter im Glauben. Der Apostel Paulus, er war ein solcher Mensch. Er leidet, er fühlt, er bangt, er ringt und er hofft und er hatte schlaflose Nächte um seine geistlichen Kinder. Ja, grosse Seelenkämpfe. Echte geistliche Väter und Mütter gehen ihren Kindern nach. Sie überlassen ihre Kinder nicht dem Schicksal. Und selbst dann, wenn sie sündige Wege einschlagen, dann bestürmen sie den Himmel, ringen im Gebet für ihre Kinder, lassen sich nicht davon abhalten, um für sie vor Gott einzustehen. Dabei muss es den Paulus unendlich geschmerzt haben, als sie ihm mit Verachtung begegneten, ihm falsche Motive unterstellten, ihn verleumdeten, ja sogar persönlich angriffen. Trotzdem hört er nicht auf, sich für sie einzusetzen. Und so sagt er zu ihnen im ersten Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 15. Denn wenn ihr zehntausend Erzieher in Christus hättet, so doch nicht viele Väter. Denn in Christus Jesus habe ich euch gezeugt durch das Evangelium. Und dann eben diese Vers, den wir gelesen haben. Ich bitte euch nun, nehmt mich zum Vorbild, werdet meine Nachahmer. Paulus will damit sagen, ein Lehrmeister ist kein Vater. Ein Lehrmeister ist sehr wohl eine gute Sache. Ein solcher, er vermittelt Wissen, Fähigkeiten. Doch ein Lehrmeister hat nur eine sehr begrenzte Funktion. Er zeigt seinem Lehrling, wie etwas gemacht wird. Er weist seinen Lehrling vielleicht zurecht. Er spornt ihn an. Er ermahnt ihn, korrigiert, lobt, tadelt. Doch ein Lehrmeister tut dies nur bis zu einem gewissen Punkt. Entweder bis zum Ende der Ausbildung oder bis zu dem Zeitpunkt, wenn ein Lehrmeister feststellt, es hat doch alles keinen Sinn. Der Lehrling macht sowieso das, was er will. Der Lehrling lässt sich nicht sagen. Und dann sagt schliesslich der Lehrmeister, das lasse ich doch bleiben. Ein Vater jedoch, der bleibt dran. Ein Vater nach biblischem Vorbild hört nie auf zu lieben. Er hofft weiter, dass der Sohn, die Tochter zurückkommt. Er hört nie auf zu warten, zu beten. Ein echter biblischer Vater ringt, kämpft, betet. Auch dann, wenn die Umstände ganz anders aussehen. Das ist das Vorbild des Apostels Paulus. Und darum sagt er, wie wir gelesen haben, in 1. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 16. Ich bitte euch, nehmt mich zum Vorbild, werdet meine Nachahmer. Dieser Paulus soll uns anspornen, es in seiner Liebe zu Jesus, in seinem Eifer für die Sache Gottes, in seinem Einsatz für die Gemeinde Jesus, in seinem brennenden Herz, für die Mission, in seiner Begeisterung für Gottes Wort und in seiner Hoffnung, nämlich der baldigen Entrückung, es ihm gleich zu machen, ihn als Vorbild zu nehmen. Und Paulus möchte damit auch andere Ansteckungen. Titus, Timotheus, Markus, ja eine ganze Gemeinde, Thessalonich hat er angesteckt. Und immer hat Paulus ein grosses Ziel verfolgt. Im Galaterbrief, Kapitel 4, Vers 19, lesen wir folgendes. Paulus schreibt und sagt, meine Kinder, um die ich abermass Geburtswehene leide, bis das Christus in euch Gestalt gewonnen hat. Christus in euch Gestalt gewinnen. Möge das auch bei ihnen so sein, in ihrem ganz persönlichen Leben, dass auch sie ein Vorbild sind an dem Ort, wo Gott sie hingestellt hat. Das wünsche ich ihnen von ganzem Herzen. Dass sie ein Vorbild sind, dass sie ein Zeugnis sind, ein Licht sein, dass der Herr Jesus sie segnen kann und zum Segen setzt an dem Ort, wo Gott sie hingestellt hat. Ich wünsche ihnen einen frohen, einen ganz gesegneten Tag. und zum Segen корпus, etwas